Nach dem biblischen Buch Genesis wurde der Patriarch Noah von Gott erwählt und vor einer weltumspannenden Flut gewarnt. Er erhielt die besondere Aufgabe, eine Arche, ein Schiff zu bauen, um sich, seine Frau, seine drei Söhne und deren Frauen sowie einige Tierarten vor der Flut zu retten. Eine detaillierte Zeichnung nach Angaben des Jesuiten Athanasius Kircher aus dem Jahre 1675 zeigt die Innenansicht der Arche. Kircher war überzeugt, dass die Sintflut und die Rettung durch die Arche tatsächlich stattfanden und nicht bloß symbolisch zu deuten sind. Nach Anordnung Gottes sollte die Arche einem langen, dreistöckigen und wasserdichten Kasten entsprechen. Noah und seine Söhne begannen der göttlichen Aufforderung entsprechend, die Arche zu errichten. Die Menschen in ihrer Umgebung verhöhnten Noah und sein Projekt jedoch. Noah ließ sich nicht beirren und nach vielen Jahren hatte er die Arche fertiggestellt. Wenn wir das Dach unseres Holzmodells der Arche Noah abnehmen, treten Zeichnungen der verschiedenen Tierarten zutage. Neben Noah, seiner Familie sowie den männlichen und weiblichen Exemplaren jeder Tierart wurden Essensvorräte und Tierfutter und verschiedene Gerätschaften in mehreren Räumen der Arche verwahrt. 40 Tage und Nächte regnete es, bis das Wasser alle Berggipfel bedeckte. Alle Menschen und Tiere, die sich nicht in der Arche befanden, starben durch die Flutkatastrophe. Die Arche hingegen schwamm, bis sie nach fünf Monaten im Gebirge Ararat auf Grund lief. Um herauszufinden, ob das Wasser von der Erde verschwunden war, schickte Noah eine Taube los. Beim dritten Flug, ungefähr ein Jahr nach Beginn der Sintflut, fand sie eine trockene Stelle und kehrte mit einem Olivenzweig zurück. Im Anschluss an die Flut soll Gott mit Noah und den Menschen einen neuen Bund geschlossen haben. In ihm gelobte er, die Menschen nie wieder durch eine Flut solchen Ausmaßes zu bestrafen. Der Regenbogen wurde zum Zeichen dieses Bundes. Der Regenbogen wurde zum Zeichen dieses Bundes. Der Regenbogen wurde zum Zeichen dieses Bundes.